Über den Terroranschlag in der Türkei sind Vertreter von Politik und Religion entsetzt. Ein Selbstmordattentäter hatte sich am 12. Januar in der Istanbuler Innenstadt in die Luft gesprengt. Dabei wurden auch Menschen aus der EKHN getötet. Ich halte es für ganz eindeutig, dass keine Religion in ihrem Namen Menschen töten darf. Ganz entschieden. Aus meiner Sicht ist es ein Missbrauch von Religion, wenn damit am Ende ein Töten gerechtfertigt werden soll. Das geht nicht. Backen für den guten Zweck. Konfirmanden in ganz Deutschland sind wieder eingeladen bei der Aktion 5000 Brote mitzumachen. Im vergangenen Jahr haben die Konfirmanden mehr als 70.000 Brote gebacken und damit über 300.000 Euro gesammelt. Mit dem Geld unterstützt Brot für die Welt Bildungsprojekte in Kolumbien, Bangladesch und Ghana. Das Unwort des Jahres 2015 ist Gutmensch. Kirchenpräsident Volker Jung hatte sich bereits in seiner Predigt zum Reformationstag zu dem Begriff geäußert. Das Engagement für Hilfsbedürftige sei nicht bloßes Gutmenschentum, sondern werde von Menschen gelebt, die daran glauben, dass das Leben mehr ist als der Erhalt von Macht und Geld. Ich hatte einen Aufmerksamkeit. Und mit dem Geld auch nicht zu tun. Ich habe einen Aufmerksamkeit. Ich habe einen Aufmerksamkeit.